Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Starbound. Ähm, ja, und mit mir spielt heute der Kai. Ja, hallo. Ähm, ich würd sagen, wir machen dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ja, bei der Mission. Abfahren. Oh, guck mal, Kartoschke. Bei der Mission erkunden, wir müssen die Welt erkunden. Und jetzt im Moment müssen wir die Arcana Energiequelle finden. Oh, Pflanzenfaser. Ah, hast du alle aufgehoben? Ich will eigentlich, nein, will ich nicht. Was kann ich sagen? Und hier ist auch noch Pflanzenfaser. Das muss man von der Unterhosen strecken können. Kann man kann nicht alles hier mitnehmen, Alter. Aber das meiste. Hier, jetzt möchte ich auch noch Kohle. Oh, ich komm immer durch. Achtung. Oh Gott, die Dinger da sind gefährlich. Ach so. Da kommt doch was raus, ne? Ja, drück E. Weg, 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 weg. Die machen manchmal Schaden. Ah, diesmal nicht. Diesmal war's gut. Mühtig. Okay, gut. So, ich sehe hier gerade nichts mehr. Machen wir gerade nach. Oh je. Das ist ja ganz viel Kohle, ne? Soll man die mitnehmen? Du könntest ja versuchen, dir was abzubauen. Ah, wir heilen gerade. Du hast Kohle entdeckt. Du kannst mit Kohle Fackeln herstellen. Die Chancen von tödlichen Vorfällen steigt nachs Dramatisch an. Schau in das Handwerksmenü. So bisschen Abgrund. Ja. So, meine letzte Fackel. Ich nehme mal wieder das Wichtigste mit. Wasser. Warte mal, wie konnte man denn das mitnehmen? Einfach mit dem Manipulator. Geht ne. Glaube ich. Er muss aber gehen. Warte, er muss gehen. Ach, keine Ahnung. Vielleicht haben die halt wieder abgeändert oder so. Ich weiß es nicht. Ist natürlich sehr schön, dass wir gerade Nacht haben. Ja. Wenigstens haben wir alle gerade volles Leben. Ja. Wir haben ja immer noch Heilung, ne? Wegen den Dingen gerade eben. Ach so. Ach, das kommt da durch. Achtung, pass auf, in dem Vieh. Ich glaube, das ist gutmütig. Das wäre schon angekommen. Die sind gutmütig. Nicht angreifen. Ah, gut. Das ist auch was anderes. Achtung, geh weg, geh weg, geh weg. Meine Güte. Ja, ich habe auch keine Fackeln mehr. Ja, ich habe noch zwei Fackeln, aber die will ich jetzt auch ungern ausbauen. Du musst ja was herbauen. Das ist einfach ein Viererblock. Ich habe nur noch... Ah, ne, ich habe jetzt 43 Leder. Ja, lang geht ja. Oh, anderes Bier. Das sind halt nicht viele Bäume. Bierkin. Ach du Gott. Ja, aber pass auf, was hier hinten ist. Mit so... Oh Gott. Ja. Mit so komischen... Mit so komischen Flettern halt. Die haben das abgeändert, glaube ich. Die haben so neue Sachen hier. Nee, es gibt allgemein, die gibt es ja mehr auch. Ja, aber die Bäume habe ich noch nie gesehen. Achtung, pass auf. Ja. Könnte also... Ich hätte gesagt, wir warten erst mal ein bisschen. Aber egal. Ballern wir weiter. Ach, wie hieß der Regen, der hier gerade nochmal kommt? Auf manchem Planeten taucht der auf. Ich pass mal wieder ein. Nee, hieß der wohl im Spiel? Nee, weiß ich nicht. Oh, hier ist der Brunnen. Ja. Sollte auf ne Höhle auch übrigens immer hin. Oh, euphore. Karotten, hier sind Karotten. Das ist gut, wir brauchen alles essen. Oh, pass auf. Ah. Gott. Oh, wei. Geh dort weg, geh dort weg, geh dort weg. Ah. Ich kann hier nicht... Oder doch, ah ne... Ah, gut, geht. Ich war grad verwirrt. Ich dachte, hier werden so komische Kristalle, wo man nicht draufspingen darf, die einen töten. Das wär's einfach. Oh. Hier ist noch Erz. Da oben ist ein größeres Haus. Ist da böse? Nee, ist er nicht. Grüß sein Sie. Oh, guck mal, hat klar noch Frosch. Tschüss. Man, das hört sich so schön witzig aus. Hier ist auch der Nächste. Ja. Echt? Echt? Wow. Wenn alle die Tür aufmachen. Wow. Oh, hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Da brauchen wir dann aber diese Scherben. Ich erhalte ein unbekanntes Signal in der Nähe dieser Energiequelle. Wenn du diese Nachricht erhalten hast, musst du ein uraltes Tor gefunden haben. Bitte verwende es und finde mich. Du kannst das Tor mithilfe von 20 Kernfragmenten öffnen. Ich kann den Planeten nach näheren Kernfragmenten überprüfen. Es scheint, als würden sie tief im Inneren des Planetens hervorkommen. So, in der Nähe ist das klar. Ich wollte es jetzt mal wieder auch lösen. Ich habe eins. Ich habe ich denn. Musste draufklicken hier auch einfach. Ich habe. Achso. Steht dort. Eins von 20. Äh, vier von 20. Na, ist aber doch schon mal deutlich schnell dran. Müssen wir in Hüllen für gehen, um Kernfragmenten zu finden, um Kisten zu suchen. Oh, ne. Was ist das böse? Oh, ja. Oh, der hier hat ein bisschen besser sein Haus geschmückt hier. Ah, da komme ich noch mal nicht hoch. Ah. Der hat da eine Karte, eine Schatzkarte oder was ist das? Hä, wieso kamst du hoch? Ah. Hä? Du musst schwimmen und dann kannst du irgendwie draufschwimmen. Der hat den Fernseher. Die Karte sagt irgendwas aus? Ne, ne. Die ist unwichtig. Die Schwäche, die du fühlst. Oh nein. Nein, irgendjemand von uns hat Hunger. Ja, ich. Warte, ich komme. Ich werde angegriffen. Ich brauche auch Unterstützung, weil ich kaum Leben habe. Warte mal. Warte mal. Habe ich noch Essen? Ja. Genug? Um voll zu werden, glaube ich, nett. Ja, aber erst mal, dass du nie umkommst. So. Da hier oben hat euer Zeug irgendwie verkauft. Ja, ich komme gerade nicht rein irgendwie. Das ist keine Kunst. Huch. Gras, ähm, Molotow, Öllampe, Bombe, gelbe Feenlampe, Mülltonnel. Man kann ja auch hier verkaufen, übrigens. Ja, ja. Haben wir irgendwas zum Verkaufen eigentlich, Schnee? Glaubt nicht. Ich habe einen Metallklappstuhl, den kann ich verkaufen. Ah, wow. Hab ich verkauft. Ach ne, hab ich Schnee verkauft. Hab Schieder bekommen. Ah, ich habe noch kaum Leben. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Oh, da oben kommt schon das nächste Vieh wieder. Oh Gott. Da will ich aufpassen. Du kriegst Ultra-Schaden, wenn du da so runterfällst. Renn einfach. Ach, hol die Tomaten da mit. Na ja, Schuldgrad. Äh, äh, pflanzt aber am besten. Schalt es hin. Was sind noch Karotten? Es ist eh tot. Oh, da ist gerade einer drin hier. Oh, ich habe was zum Kochen. In meinem Inventar Tomaten. Ich auch. Und Reis. Ich habe da Koffe. Oder drei Reis. Hab zwei Reis. Und Karotten, auch nochmal. Ich habe einen Steg. Und Popcorn. Ja, willst du heilen? Huch. Heil dich. Ich habe mich doch schon geheilt. Ach, hast du schon. Ja. Oder, äh, äh, ähm. Verkäufe hier Sachen. Oh, hier sind Kartoffeln drin. Die muss ich dann direkt füllen. Geh kurz mal. Es sind noch 15 Pixel vor durchschnitten. Hä? Ich dachte, das wären Kartoffeln. Was war das denn? Oh, wann das Samen. Keine Ahnung, egal. Wat, wat ist nochmal? Pixel? Wo ist ein Pixel? Äh, in dem, in der Kiste. In der, in der großen. Ah. Ich habe wieder Hunger. Nee, ich bin das. Ja, ich habe aber auch wieder Hunger. Oh, es wird wieder Tag. Endlich. Wir müssen jetzt mal gleich in die Höhle gehen. Äh, um die, äh, Fragmente zu finden. Wir gehen erstmal wieder zurück und tun dann was zu essen anbauen. Ja, wir sind eh bald wieder. In die andere Richtung, so gehen wir ja unproduktiv. Ja, das wäre sowieso unproduktiv, ja. Aber ich weiß nicht, wie der Anfang aussah. Ich auch nicht. Vor allen Dingen, wie du schon wieder ein neues Schwert hast, ne? Wo hast du das denn schon wieder her? Das ist zwar in der Kiste. Das kann sogar irgendwas tolles. Ach, das kann. Das kann hoch. Ja, jedes kann irgendwas tolles. Ey, was machst du denn? Ja, aus Versehen. Warte, ne, da brauchen wir nicht der Anfang. Hier liegt ein Schlafsack. Ja. Ich heil mich mal. Ey, du musst dich mal heilen, Junge. Ich heil mich lauter schon. Achso. Ja, Zeit. Ah, jetzt ist eine Kiste. Uh, ist viel Zeug drin. Ich habe jetzt mal alles geholt. Da war Pixel 15, Verband 2. Ja. Planterfaser 10, Bauholz 10, Manipulator-Modul. Wenn du ein Kapp brauchst, sag einfach Bescheid. Ja, Scheiße. Immer die Aufteilerei dauert zu lang. Einfach dann Bescheid sagen, wenn du was brauchst oder ich. War halt hier der Anfang. Nee. Sonst waren wir ja hier hoch. Also kommst du ja gar nicht hoch. Na, Junge. Oh, jetzt ist ganz viel Kohle, ne? Die Folge ist bald schon. Ah. Ah, ah, ah. Was ist das? Oder? Ich habe gerade so. Übelst Schaden genommen. Ja, die Folge geht da noch vier Minuten. Das geht da noch. Ja, im Moment ist halt eben die Hauptaufgabe, die ganzen Rohstoffe zu finden und so weiter. Und einsangeln. Viel Arbeit alles. Und das meine ich auch damit, dass dieses Projekt relativ lange dauern wird. Ist das Ding hier böse. Weil wir einiges noch machen werden. Noch einiges. Hier, hier geht es stark runter. Auch noch reisen werden. Andere. Ja, das dauert auch ein bisschen. Ja. Darauf freue ich mich ja schon besonders. Oh Gott. Deswegen will ich mich ja gerade runter bauen. Ja, ich wollte ja auch nicht runterspringen. Aber das hat mir so gut geklappt. Ja, habe ich mir nicht extra gemacht. Ich bin gleich schon wieder tot hoch. Ich sehe es. Alter, hier. Der schönste Regen, den es gibt von der Seite. Heil dich mal. Was ist das denn überhaupt? Warte mal. Warte mal kurz. Renn mal nicht weiter. Tomatenzahn. Habe ich hier noch irgendwelches Medi-Gelumpe? Ja, ich habe sie schon verbänden. Ah, ich wollte hier nicht runterspringen. Mann. Hä, warte mal. Hä, wir müssen doch schon am Anfang vorbei gerade wieder. Hä, echt? Ja, ich denke schon. Ja, ja, hier hinten ist die Mine. Ach ja. Okay, dann warte ich hier vorne. Soll ich mich mal hochbeamen und... Ah, okay, ist eigentlich egal. Das war ja hinten unten irgendwo. Ja, aber wollen wir nicht irgendwie so ein ganzes Dings aufbauen? Oder wollen wir hier nur eine Farm machen? Ja, ein Bill aufbauen schon, hätte ich gesagt. Ne? Aber ich würde gerne so, dass wenn wir uns runter teleportieren, dass wir gleich im Haus stehen. Das Problem ist ja, wenn wir in einem anderen Universum speichern später. Da müssen wir dran denken, weil sonst finden wir das hier nie wieder. Aber ich meinte, na, Bill aufbauen. Wir können ja nicht dauernd im Regen stehen. Ich gehe mal schnell zum Schiff, komme wieder runter. Dann sehen wir nämlich, wo wir sporen. Warte mal, hinten den reiß ich mir noch. Ich glaube, hier sind Kernfragmente. Warte, ich gehe mal hoch. Nein, Eisen, ja. Ach, Herr Kern... Wo war denn mal, wo man Kernfragmente abbauen kann? Da war doch ganz weit unten, ne? Irgendwo. Irgendwo war das, ja. Wollen wir alles gerade machen hier, oder wie? Oder nicht alles so ganz gerade? Ne, nicht alles so ganz gerade. Ja, aber wenigstens so, halt eben so Löcher zu machen. Ich bin nicht mal runter. Dort, wo ich jetzt lande, da ist unser Anfang. Genau hier. Ah, ich habe gehört, wie die hier gerade... Ah, okay. Ah, fuck, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Wie kann man auch mal den Hintergrund abbauen? Mit Rechtsklick. Ah, ja. So soll ich mal so ein paar Werkbänke bauen? Ja. Muss ich erstmal gucken, ob das geht hier. Ne. Soll ich die Steine abbauen und durch Erde ersetzen? Die Steine kommen ja dann nicht fürs Haus. Ja, das reicht aber lange nicht, ne? Ja, aber so bitte für die Untergrundmauer. Vor allem bräuchte man Spitzhacke mal hier so langsam, ne? Handwerk, kann ich die machen? Ne, dafür brauchen wir ein Dings für, ne? Ne, eine andere. Aber sollen wir dann erstmal, bevor wir... Moment mal, wie machen wir das jetzt? Du musst jetzt eine Werkbank einfach hier hinbauen, oder was? Du willst erstmal eine Erfinderwerkbank und von der können wir dann... Weil später würde ich dann lieber so ein Handwerkshäuschen machen, irgendwie, ne? Später dann. Na super. Jetzt geht das wieder los. Hab ich noch was zu essen? Reis. Äh, dann tust du grad ne... Tust du grad ne Werkbank kraften, oder ich? Ich mach jetzt erstmal ne Gartnerwerkbank, dass wir uns Zeug herstellen können, dass wir hier was anbauen können. Bis dann bauen wir jetzt in den nächsten Folgen so ein bisschen auch... Aber wir gucken mal, wie wir das machen, ne? Also immer wechseln. So, dass wir mal auch mal was machen können. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Holz. Oder Bauholz. Äh, wo kann ich denn mal ne Spitzhacke herstellen? Da brauchst du dann später so ne Spezialwerkbank. Hacke, was brauchst du denn dafür? Ja, weil ich wollte gerne eine Spitzhacke haben, weil dauert hier ewig. Kupfer, Born und Schnur. Hast du Kupfer? Glaub, aber nicht eingeschmolzen. Eingeschmolzen sowieso, ne? Brauchen wir einen Ofen für. Ja, ich baue jetzt ja alles mal durch. Aber später dann tun wir dann ein Gebäude dafür bauen, ne? Ja, ja. Das bauen wir einfach um das Gelumpe hier ringsrum so ein bisschen. Aber wir müssen sowieso erstmal einige Welten und so erkunden. Ja, das mal hier richtig erkunden. Ja, das Problem ist, wir müssen ja die ganzen Rohstoffe zu finden. Oh ja, müssen wir ein Ende machen. Der bau noch gerade die Werkbahn. Ja, hab ich. Bin ich. Oh, jetzt, wo die Musik so schön episch ist. Naja, aber ich kann ja eh keine, Alter, als ich das machen. Hölz, Luca, Hölz, Tor. Da hab ich wieder rum. Durch ne, geht das, ne? So, kommst du her zum Folgen, Ende? Ach, ich glaub, Panzer tut man auch mit Rechtsklick abbauen. Hab ich gerade, glaub ich, gesehen. Ja, du hast Tor. Oh, der Himmel wird wieder, ja. Ja, wir möchten die Folge beenden. Ja, ist ja gut. Mach mal langsam. Ja, aber du tust grad irgendwie gar nicht dergleichen. Ja, ich hab doch gesagt, warte kurz. Weil ich halt gerade noch abbauen wollte, da die, äh, Dings beenden. So, jetzt kann man beenden. So, dann danke für, äh, oder ne, du machst, mach du die Beendung. Ja, äh, ja, vielen Dank für Sankung. Und ich denke, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es macht euch genauso Spaß wie uns. Und, äh, ja, vielen Dank für Sankung. Und tschüss. Tschüss. Hier, stell mal ne Fackel hin, bitte. Geht krass, vielleicht. Warum? Ach, im Enskin-Modus. Ach, immer. Hans Reden wird eh mit Musik überlegt. Bei mir nicht.